ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier beim cycling home dem prolog übrigens nicht vergessen es ist immer noch ein prolog das heißt vor der vollversion und dafür kann man schon bis jetzt ziemlich viel machen es fehlt ein mitarbeiter auf jeden fall aber mitarbeiter müssen wir ins büro holz brauchen wir aber das kriegen wir jetzt so nicht hin glaube ich einmal die verträge machen die wir angenommen haben dass das können wir liefern was haben wir noch wir hatten hier so säge mehr genau säge mehr fehlt noch ein bisschen was da muss man mal gucken obwohl das noch hinkriegen 1400 aber das können wir ja auch dann morgen machen was haben wir denn noch an aufträgen ich glaube der war die gar nicht so lukrativ aber wir können ihn ja mal schnell mal gucken was wir haben 80 0 ja mal für 80 aber mal wissen was er haben will 85 hat man über 95 ok einverstanden ok das ist gut das machen wir dann morgen wir haben schon spät 18 uhr ich bin schlafen tag 5 ja wir haben lust gemacht auf jeden fall ist es auch wichtig dass man sich mit brüchen morgens erholen kann geschäft verträge leider gibt es jetzt nicht viel holz noch noch mal gucken aber auch hier bringt jetzt ähnlich sind aber den auftrag jetzt annehmen beziehungsweise machen wer ist auch gar nicht ob man sachen erfüllen kann wie zum beispiel größere müll ein müll säcke hier oder so noch gar nicht so geguckt na so ein büro steht das sind wir schon mal wollen wollen und dann geht es weiter wollen wollen steht noch was nix nix sehr schön so das abfälle warum haben wir denn noch sind wahrscheinlich so viel so nur vier kilo so gucken und hier rein ja also w ich w w w w w w das kann ich hier hinten rein. Hier ist nichts. Ist das in der Kasse drin? Naja. Kann ja sein, dass er es auch für uns da gelassen hat, als Front. So, mal im Tür noch mal gucken. Hier haben wir nichts, da auch nicht noch nichts. So. Oh. Da fehlt noch Glasabfälle. Irgendwo obendrauf oder so. Mal klar, was zu sehen. Ist hier noch was drin? Nee. Nee. Irgendwo versteckt. Hm. Draußen oder was? Nee. Hm. Der Sack ist nichts mehr drin. Okay. Ach, da. So, komm mal. Ja, manchmal scheitert es in einem. Obwohl es aufleuchtet, ne? Man sieht es nicht direkt. Von daher ist das schon mal okay. Er kann sortieren. Wir gucken mal nach. Oh, hier ist Holz. Hier ist Holz. Holz ist schon wieder gut. 70. 75. 75. Einverstanden. Okay. Schauen wir mal hier ein bisschen Holz ab. Ich hoffe, das verschwindet nicht. Hier ist Holz. Ich bin mal gespannt. Schmack kein. Wirkliches Holz. Hier holt. Da sind schon mal ein bisschen. Schmack kann. Oh, hier ist es auch nicht. Da sind dann ja. Was machen wir jetzt? Das war jetzt. Da ist jetzt hingeschwiesen. Da hinten. So. das sind hier ein papier plastik ist es als plastik ist plastik okay er ist zumindest hier ist auch wichtig was da ist es voll das war mit plastik irgendwo ist ja noch plastik jetzt gut was auszuräumen natürlich sagen so ich bin mal jetzt zweimal weg jetzt wollen wir weg aus dann können wir das segel mehr machen dann kommen wir auch noch nicht so wirklich weit mit nach verträge aber irgendwas angenommen doch das ja plastik wartend 600 30 plastik und papier mal gucken was hinkriegen weiß ich plastik 40 war das haben wir vor uns verkauft korrekt mal im mitte also zumindest das holz rauskriegen bitte sehr schön heute ist jetzt 61 war cool aber richtig gut was gut nach macht er die zehn hoffentlich noch fertig fertig sehr cool dann haben wir die nämlich auch aber immer noch nicht die nächste maschine aber schon mal geld 54 das ist gut müssen wir das hier natürlich noch hinten in den auftragsraum machen immer gleich gucken was wir noch so alles machen können wie gesagt die säge das sägemehl habe jetzt auch bei denen sein und dann angenommen die form so ist immer viel das schon mal gut das sieht gut aus hier glas staub und drei tage übrig so klar schon mal gucken ist für 900 mal gucken klar staub 48 und gepresstes metall noch 13 so ein bisschen gepresstes metall ich glaube da gab es sogar noch was das ist dahinten klar staub haben gesagt gleich 48 48 locker 48 starten das ist schon mal hier okay also noch metall holen einer was mit ja hier ein tag übrig 100 110 hat sich gut an okay angebot annehmen besorgen wir erstmal schnell aber noch sieben minuten baustelle gefällt mir glaube ich am besten weiß ich gar nicht vielleicht kommen ja auch noch dinger hinzu hier andere 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 worte gegebenheiten und sonne das ist voll weiter weiter so drüben waren wir müssen hier wieder hin so nehmen wir das nochmal so hier drüben wir wirklich noch hier ist zu braucht niedrig einbrechen tun wir nicht wenn zu dann zu hat er bestimmt extra beschlossen zack zack der contract müssen wir auch wieder spielen wahrscheinlich am wochenende weiter das ich weiß gar nicht ob es da Updates gar ist bei Conjecture morgen kann ich auf jeden fall eigentlich gedacht morgen ist mittwoch morgen machen wir ja eher market together die folge rauskommt also heute ist bei mir dienstag nicht dass euch wundert müsste aber die donnerstag folge für euch sein okay das war zu weit aber es ist unten das ist schon mal wichtig ne weißt du die baustellen hier kriege ich auch lust auf äh GTA 5 ist hier hintergeflogen wird noch glas durch kommen da kommen wir nicht rein hier auch nicht ok hier hier sauber komisch haben wir oben vielleicht das vergessen es ist nicht aber das liegt nach unten irgendwas hier oben drauf was liegen haben vielleicht leider nicht manchmal scheitert an dem aschenmecher so dann kann er ja mal noch irgendwas schönes plastik auch wie viel hat er hier über 10 in mein standard 20 er wird schon weniger 139 so dann haben wir das auf jeden fall schon mal kommen wir lassen ihn noch leer machen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn ihr mögt die sonne geht ja auch unter das reicht dann auch 1500 auf dem konto also das sieht schon mal gut aus finde ich also von daher mal schön rein mal gucken was wir davon übrig halten bis dahin tschü